Musik 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 Oh nein, Lalo, hör auf mich zu schlagen. Oh, guck mal, Memo, uuuuuhhhhhh. Ich sehe eigentlich ganz gut aus dafür, dass ich gerade jetzt aufgestanden bin. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Guck mal, alle. Uuuuuh, Baby. Uuuuh, Memo, boba. Das ist süß. Das ist süß, ne? Das ist süß. Hop, 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 hop. Oh, immer so. Oh, bis dahin, Lui. Ey, Leute, ohne Spaß, man vergisst immer, ob zu filmen. Das ist einfach so dumm. Schön jetzt gekönnt, hier, guck mal. Uuuui. Schön paar Sachen, hier. Weiß gar nicht mehr, was mir braucht. Zwei Jeans und irgendwie Pulli oder so. So. Jetzt ab nach Hause, ne? Dich zocken. Oh, entspannend. Ne? Hab ich jetzt Ruhe, ne? Ja. Sag noch mal. Ruhe. Ruhe. Das schmeckt aber. Ich muss überlegen. Jetzt hat er ja auch... Ja, jetzt hat er ja auch keinen Job mehr und sowas. Ich merke, ne? Richtig schön. So Rind-Zitronen-Kuchig, Digga. Richtig geil, Digga. Du darfst jemanden grüßen. Ich darf jemanden grüßen. Ich grüße Tobias Schön, Portico, Pariszewski. Grüße zu Rücks. Kuba Angst damals. Kuba. Kuba. Das war ein krasser Abend. War ein krasser Abend. Wir drehen jetzt noch durch. Jetzt geht es los. Also Leute, wir trinken uns jetzt richtig rein. Aber... War ein schöner Abend mit den Damen und Herren. Jetzt wird es ernst. Jetzt sind wir raus. Jetzt haben wir frische Luft geschnappt. Wir nehmen euch jetzt mit. Wird ganz gefährlich, ne? Das wird gefährlich, Alter. Sag mal. Wird gefährlich, Alter. Das wird gefährlich, Alter. Das wird gefährlich, Alter. Boah. Das wird FSK 18, sag ich mal so, wie es ist. Jetzt sind wir Taxi, keiner weiß wohin. Guck mal, wir gucken auf die Uhr hier. Viertel vor eins. Seit... Wann sind wir unterwegs? Seit... 18 Uhr? Seit 18 Uhr. Seit 18 Uhr. Seit 18 Uhr. Wir wollen... Essen. Burger war eine 2 von 10 in Friends. War nicht geil. Service war eine 2 von 10. War auch nicht geil. Cocktails war eine 8 von 10. War wirklich... Also ich würde sagen... 9,5 von 10. 8 von 10. Weil ich... Ich hab das runtergebracht wegen Service. Also Service 2 von 10. Essen 2 von 10. Cocktails 9 von 10. Cocktails mein Kampf. Möchtest du das? Redstar! Woaah. 5,6,6,6,7,0,1,2,6,7,0,1,6,9,9,9,9. Was glaubst du jetzt? Lass ihn trinken, Bruder! Tobi, komm! Guck mal, Kamera, Kamera! Guck mal, was ist dein Junge hier! Guck mal, Tobi! Zeig mal hier, zeig mal hier! Guck mal, was er hier vorschlägt! Scheiße, auf dieses Jimmy! Was ist das, Bruder? Warte mal, warte mal! Alles, Bruder, hier! Zitrone, Bruni, Tequila, Bacardi! Machst du hier Dingsch! Hier, Bruder, hier! So cool, extra Cocktail-Eiswort! Schön klein, Digger! Alles am Start, Digger! Machst du Cocktails hier bei uns? Machen wir schön so, Digger! Oha, Digger, Junge! Was machst du uns jetzt? Tequila, Bacardi! Haben wir hier schön Dings! Einmal für Alkohol, einmal für Sirup! Machst du erst mal schön! Erster Step, Bruder! Ich bin angekommen! Guck mal, was für ein Gasgeber, Bruder! Erster Step! Warte, warte, warte! Erster Step! Kann auch mal passieren auf einen Promille! Erstmal den Müll, weg hier! Auf den Boden! Schmeiß weg! Erster Step für Eiswürfel! Erster Step für Eiswürfel! Bei mir, ich mag Tequila Sunrise! Zweiter Step! Was trinken wir jetzt? Möchtest du Bacardi oder denkst? Was ist das? Bacardi oder Tequila? Tequila auf Ernst! Tequila mache ich 6cl Das heißt, zweimal dieses Glas voll hier! Okay, 6cl! Dann kommt mein Baba Stroheim! Pass auf! Und ich chill hier ganze Zeit! Boom! Guck dir die dicke Latte an hier! Dicken Schwan, ey! Promilleanzahl von 1 bis 10, dein höchstes? 11! Ne, es war doch 11! Von 1 bis 10! Zehn kannst du immer gehen! Das höchste, was ich je gemessen, gepustet habe! Nein, nein, nein! Du bist wie ein... Was ich gerade bin? Von 1 bis 10? Oder... 3, Digga! Es geht noch, Digga! 3, Digga! Ich könnte ich da wieder 7, Digga! Nee, Digga! Sau, Mann! 3! Das höchste, das... Guck mal! Guck mal, Jungs! Wisinio und ich haben eine Story! Gemeinsam! Und wisst ihr, was das Ding ist? Doch, 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 doch! Doch, muss man erzählen! Bruder, nein! Hör, hör zu, hör zu, hör zu! Bruder, Bruder! Ich hab doch ne 7! Ich hab ne 7! Bruder, hör zu! Es gibt eine Story von mir und Wisinio! Wir wurden beide schon mal von Bullen gepackt! Mussten pissen und pusten! Seine Story, will ich nicht erzählen, ist zufilmen! Meine Story, ich wurde auf dem Fahrrad gepackt! Ich hab 1, genau 1,3 gepustet! Weißt, was die Bullen sagen? Ja! Herr Piep! Haben sie aber nur Glück gehabt! Sonst hätten sie ihr Fahrrad abgeben müssen! Ich sag, warum? Ja, hätten sie 0,2 mehr gepustet, hätten sie Führerscheintrafe bekommen! Dann konnte ich schön mit 1,3 Promille nach Hause fahren! Ring, ring, ring! Haut rein, Jungs! 0,2 und dann... Halb 6, im Treppenhaus! Guck mal! Die Sonne geht auf! Ich muss mal aussehen! Schlafen! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen! Lass ihn lecker! Lass ein Abo da! Und wir gehen mit 1 Auge nach Hause, Alter! Ich kann nicht mehr gehen, Alter! Ich küsse euer Herz! Schumannig rein!